Herzlich Willkommen in der heutige Folge von Nordrhein-Marsch. Jetzt haben wir gerade die Sageballen ein und wir haben einen Heuball erwischt. Das werden wir dann entsprechend nachher bei der Futterbetanlage abnehmen. Einer ist fertig, welchen wir gerade, das werden wir mit der Sageballen, dann kann man hier verdichten in der BGH. Bin dann mal gespannt wie das funktioniert. Silo. Ja, Paul kommt zusammen. Ja, Paul kommt zusammen. Wie man so sieht, alles wunderbar. Auf der BGH. Na, empfängt wohl nachher. Locking. Was? Das ist der Kollege. Generalstand. Jetzt fahren wir mit der BGH. Rechts für dort, aber uns kommt jetzt noch. Oh, da kommt der Kollege schon, aber ich nach. Ah, da hört viel an ihm ich jetzt. Das ist schlecht. Voll. Da müssen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen. So, ich muss mal gucken in der Eichelung und was machen können. Dann Auto. In der Feld. Achtwand, sieben Meter. Plan. Einbefahren. Die Stimme können hier anfahren. Auf der Feld, bis jetzt. Das ist nicht so einfach. Ja. Wir müssen ja schauen jetzt hier. Die Spründigkeit darf er reduzieren. Das ist ein bisschen. Ich kann es nicht fahren. Kleine Arme. Jetzt kurz mal deaktivieren. die anderen ab die 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 schau das jetzt funktioniert auch noch ein schiebe schuld so da müssten wir noch ein gewicht haben und zwar das schwerste kriegen kann jetzt sind das sind keine ahnung 2800 und wir schauen wie das macht das ist ja nicht so blöd alles rein schieben das ist das blöd so für ihn glauben so schauen dass er die kurve so kriegt hier oder in graben und ohne weiter werden weil er fängt ziemlich spät an äh übrigens das war nicht der früher übrigens crossbrates abgestürzt wenn ich mal kurz habe kann ich doch kann ich noch mitmachen das heißt speichern also der traktor geht nicht mehr kurz so hoffen mal dass gut klappt bis zum ende fertig so auch mal dass er alles auch mit mehr mehr zeit alles zu tun die methode ist gut 10.000 da kommt er eine weile hin sind sehr viele da aber da gibt es einen datenschein so zurück zum hof werden wir uns kenschnappen und dann mit schiebeschild alles bis hin zu dort das ist nicht gut das ist nicht gut wir müssen auch langsam gehen das ist ärgerlich verdorl Nein, nein. Ist auch noch eins. Mist. Ja. Ja. Wir sind noch da. Es hat zu lange gedauert. Das muss so sein, ne? Die Tür wird auch voll. Das kann sich auch noch. Ah, das ist ja egal. So sehr egal. Das machen wir jetzt nicht voll. Blöde ist, wir zahlen dann auch Raps. Und wenn da irgendjemand aufhört, ist er auch in Gefahr. Die Soja ist auch reich, glaube ich. Der ist ja reichig. Äh, der Mais. Aber der ist auch schon noch Stufe 2. Naja. Aber Raps schon aufmachen wollte er ja auch nicht. Kommt ja auch nicht weiter. So. Das Gewicht können wir auch gehen lassen. Wir ziehen zusammen recht dran. Schiebe schön. Okay, das Gewicht dran. Raps schön gewachsen. Raps. 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 Soll ich noch Freitreifen machen, ne? Ob wir eine gute Wahl fangen? Ja, das können wir auch noch machen. So, Abgewächte beitreiben. Wie kommt hier Regen rein? Ich dachte immer wieder sein. Okay, nach vorne. So, dann kommt es. So, dann kommt es. So, dann kann das Gewicht. So, dann sehen wir wieder, dass der andere nicht fährt. Ich weiß nicht, dass er glöd ist. Das kann man nicht eindreifen. So, dann sehen wir alle. So, dann sehen wir alle. So, dann sehen wir alle. Ja, aber wir tanken. Tankwagen. Aber ja, da muss man das rein schieben. Das ist so nicht so viel. So, dass Postplay einfaktor abgekürzt ist. Oben drein Oh, Tankleer, ne? Aber wir haben noch nicht geklappt Nicht einmal das erste Mal, ne? Ich hoffe, wir werden so nebenbei Oh, das war so cool Wir sind gelten Gas anbewerben, ne? Wir sind gerade ein Hei hier Und noch hier Wie ein Winter? So eine Saugerei hier Wir sind gelten 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 Vielen Dank.